Ja, hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video von Battlefield Bad Company 2, mal wieder mit Vadim. Ich hatte irgendwie Lust, das wird jetzt so eine Art Serie von uns beiden, so Bad Company 2 Videos mit unnötig lustigen Kommentaren. Ja, und Vadim, bist du da? Vadim, bist du da? Ich bin so schüchtern. Oh, nicht dieses gekünstelt. Ich war's, okay, hier, ja, hallo. Ich bin so ein Typ vom Iconline-Team. Genau, das ist Vadim, der mit der Kappe oder so, keine Ahnung. Der, der in diesem einen wieder auf der Bank liegt da, also, naja, ne? So, dann starten wir mal. Vadim, was bist du? Amerikaner oder? Ich bin, ich bin in Hinweis und dieses ist voll. Alles klar, cool. Ich geh wieder als Pionier. Wir haben schon wieder Lust zu. Äh, Gemetzel, äh, Harakiri. Waaah! Und mein erster Kill gemacht. Yeah, damn it. Und da ist ein Panzer. Und ich hab noch Panzer abgemiehen. Aber da kommt schon einer mit C4, von daher. Vadim, und bist du mal drinnen? Schreib bei dir so, dann soll irgendjemand rausgehen. Schreib. Nein, dann werd ich nicht schreiben. Wird vor allem viel bringen. Ja, sag. Dann sagen so alle, ja, ja, ich geh raus. Dann geht jeder raus und dann, äh, ja, okay. Komm mal wieder, Leute, rein. Ja, dann können wir das, dann können wir uns wieder so Punkte machen, indem wir uns gegenseitig schnell erschießen. Ja, total wahrlich. Es leckt noch ein bisschen, hab ich das Gefühl. Aber im Video ist das nachher eh wieder anders, von daher. Bei mir wird's jetzt eh übertrieben lecken. Ja, ihr müsst wissen, Leute, er ist am Laptop. Da ist das schon mal etwas anders. Ne, ich drück jetzt auch nicht auf Abbrechen. Ich bin jetzt hartnäckig. Ja. Na ja, ist mir egal. Hauptsache, wir können wieder unnötig dumme Kommentare labern. Ja, wenn ich nichts sehe, kann ich schon schlecht was dazu sagen. Ist doch egal. Tu so, als ob du drin wärst, das hören die bestimmt nicht. Okay. Na ja, ähm, unsere Outtakes sind übrigens drinnen. Also von, ähm, Dingens, vom, äh, iClineTV, also so ein paar Outtakes. Vom Faildate und dem anderen Video. Genau. Einfach mal anschauen. Lohnt sich. Das nächste Video folgt. Alles klar, bei mir ist gerade einfach mal das Spiel so kurz weggegangen. Aber ich bin wieder drin. Ey, einfach mal so. Leute, die, äh, zufällig in Aachen wohnen und die, äh, beim Dreh mitmachen wollen, sollen sich melden. Ja, genau. Wir suchen, nee, ich bin drin. Weil wir suchen immer so. Leute, die mit uns drehen. Falls ihr Kontakte zu Gronkh oder Sarazar habt, ähm, sagt denen mal so. Legt mal ein gutes Wort für uns ein, ne? Also. Oder wenn Gronkh gerade unser Video anschaut. Zufällig, danke. Glaub doch an unsere Zukunft. In welchem Team bist du? Ich bin in Atta Kammer, der Worte. Ja, du bist in unsere, warte, ich komm gleich mit deinem Squad. Äh, oder du in Mainz. Nee, bei mir ist kein Platz mehr. Hier hast du die Basis alleine erobert. Wenn ich gleich tot bin, dann komm schon mit dein Squad, okay? Mhm. Ich bin in den ersten zwei Minuten drin, also. Also, du bist bei mir schon drin, aber, äh, ja. Du lebst halt noch nicht, ne? Wah! Hauptsache, ich lauf durch den Rauchduschen und schiebt ein feindlicher Panzer. Na, jetzt komm schon dein Squad. Äh, wo bist denn du? Ich bin noch beim Lagen. Hä? Also, du bist dann gar kein Squad drin. Oh, auch gut. Ich hab aber, ja, ich möchte in dein Squad gedrückt. Toll, hä, wie hast du denn gesehen, dass ich in irgendeinem Squad bin? Nein, bist du nicht. Ich hab dich in dieser einen Schlange da, äh, in dein Team allgemein gesehen. Mhm. Und, den nächsten ausgeschaltet. 3 zu 1. Juhu. Wer ist denn eigentlich die Kinder, die hier sind? Äh, keine Ahnung. Ich konzentrier mich auf. Äh, ich bin bei den Russen. Ich konzentrier mich grad auf was anderes. Ja, du bist bei mir. Ich weiß, das hab ich eben schon gesagt. Wir verlieren übrigens. Ah, nee, wir holen auf. Das ist gut. Warte, ich komm mal in dein Squad. Glaub mal gleich, ich würde das ganz anders sagen. Bist du? Du bist immer noch nicht drin, ne? Ja, warte, Zeit. Ach, jetzt bin ich drin. Warte, jetzt hat er fertig geladen. Jetzt leckt er so ein bisschen. Yeah, Junge, ich bin voll gut. So, eigentlich. Ich bin drin. Yeah. Ich bin in einem... Wo bist du? Du bist nicht in meinem Squad, du kannst doch nicht rein, weil es voll ist. Aber warte kurz. Weh, ich sterbe. Stell mal, du auch ein anderes. Äh, ja, ich, äh, bravo Squad. Komm da rein. Los, los. Mach schon. Los, komm da rein. Los, ah, du bist drin gut. Ich hab 5 zu 1, wollte ich nur anwerben. Finde ich gut. Ja, ähm, jetzt hab ich 6 zu 2. Da war noch ein anderer hinter mir. Verdammt. Yeah. 6 zu 2, das finde ich relativ gut. Yeah, warte ihm. Ah ja, hast du gelesen? Wie, hab ich was gelesen? Hier. Ähm. Sag mal, bin Laden. Was denn? Was mit dem? Lebt der wieder? Nein, der, ja, der ist wieder auferstanden. Nein, hier. Äh, er hat, äh, 5.836 Kills und einmal gestorben. Was für ein Dreckskämpfer, ne? Hä? Versteh ich jetzt nicht. Egal. Ach, sag doch mal bitte. Der hat 5.000, äh, äh. Ja, so viele Leute hat er getötet. Ja, und nur einmal gestorben. Ach so, ich hab 6 mal gestorben, verstanden. Ja. Weil wir ja gar 6 mal schnell haben, Hauptsache ich bin so ein Typ, aber der will mich messern, obwohl ich zu dem gehöre. Ich fahr mal ein bisschen Quad. Fahr du nicht ein bisschen Quad, du. Ich, ich find grad keine Gegner. Ich schon, aber die Chance, die zu treffen, ist relativ gering. Ach so, jetzt bin ich gestorben, wenn ich losfahren wollte. Ja, ich hab mit der Panzerfass getroffen. Hihihi. Ich hab Paulus getroffen. Könnt grad Paul sein. Das wär schön, ne? Also, falls ihr Paul nicht kennt, das ist so ein Otto aus unserer Schule. Oh! Wie geil! Poste das mal bei Facebook, das, äh, das, das Video. Guck mal, das war richtig geil, grad. Ich seh hier so ein Tü, ich seh hier so ein Sniper. Ich denk so, ach, das ist einer von, äh, uns, ne? Das ist so ein Feind. Kommt dann aus den Sanitäter und ich kill so beide. Richtig geil. Boah, geil. Ich flieg mal ein bisschen Flugzeug. Tu das. Ich hab 10 zu 2. Ihr werdet Zeuge, wie ich ein richtig guter Spieler heute bin. Freut euch vornäßt. Sonst würdet ihr nur, boah, diese Dreckscamper hören. Hä? Ich bin irgendwie... Ich versteh das nicht, ich bin ein Nullchecker. Ich habe 11 zu 2, juhu. Alex, flieg ich gut? Ich seh dich nicht. Ich bin damit beschäftigt zu überleben. Achso, du bist da oben. Ja, flieg ich gut? Jetzt, ähm, warte, warte doch mal. Ach da, ja, ja, im Kreis. Du bist so gut. Ich bin ein Oberflieger. Ja, du bist ein Überflieger. Ja, du checkst das 2. Deutig. Oh, äh, wie lang geht das Video? Äh. Ich mach fettes Stunz. Nein, nein, ich stürze ab. Oh mein Gott. Ich mach einfach in 6 Minuten. Warte, das so aus, das Video. Ich dreh mich. Warte, wie siehst du mich in der UAV? Hey, hey, warte, wie siehst du mich in der UAV? Ne, ich seh die UAV. Ne, ich bin kurz mal verrecken. Okay, das ist gut. Ich glaube, mein Ding ist explodiert. Ha, ich hab ein Fahrzeug zerstört. Wohn ihm und ich bin gestorben. Ach, was ist... Nein, Tricky hat mich gekillt. Naja, aber wenigstens... Ich hab mit der UAV das Fahrzeug zerstört. Ich hab 11 zu 3. Ich hab 0 zu 2. Ich bin besser. Sei nicht zu cool. Ich versuch jetzt, Leute mit Mercer zu töten. Ja, komischerweise... Mich killen immer Leute mit Mercer, aber selber mal damit so Kills zu machen. Das klappt bei mir nie so. Ich hab damit grad mal 20 Kills oder so. Weißt du, mein BitCompany lag gerade. Alex? Ja, der ist noch da. Jetzt lag das grad zum Vertrieben und... Ja, er ist am Laptop, wie gesagt. Moment. Moment. Ich krieg das in den Griff. Ich seh einen Panzer fahren. Okay, wir verlieren total. In so Frame-Abschnitt-Abschnitt-Messig. Bild für Bild. Ich das jetzt. Wie, der ist nicht gestorben? Ich sag, ein Panzerschuss auf den und der geht nicht drauf. Sieht so aus, als ob das ein kleiner Spielzeugpanzer wäre. Ja, total. So, jetzt geht's wieder. Nein, wieso hab ich nicht das MG? Ja, das Flugzeug ist wieder da. Ich will wieder fliegen. Nee, komm mal bei mir rein als MG, bitte. Lühe. Ich verteidige jetzt. Ich geb dir Luftunterstützung. So, ein ausgeschaltet. Wo ich gar nichts sehe. Bei mir ist fast alles hell, weil die Auflösung so kacke ist. Oh, mein Panzer ist kaputt. Wenn ich nicht jetzt flüchte. Wo bist du? Bei B oder? Bei C und ich sterbe. Ich bin tot. Ja, warte. 12 zu 4. Verdammt. Ja, der Panzer ist irgendwie komischerweise sehr schnell tot gegangen. Also, down gegangen. Ja, Warni, überlebe. Warte. Und das Video geht noch so an die 3 Minuten oder 4. Ach, keine Ahnung. Ich schweb nur so in der Luft. Wow. Nein, wieso bin ich ausgestiegen? Mann, ich dachte, die Rakete trifft uns. Lande mal bitte. Warte. Okay, warte. Musst du nicht, musst du nicht. Versuch's aber. Nein, geh da wieder hoch. Gib mir Luftunterstützung. Du Affe. Okay. Ich flieg mal so ein bisschen rum. Ja, flieg du mal. Ich dreh mich mal, damit die mich nicht so leicht treffen. Die treffen dich nicht, das ist schwierig. Ja, ich finde, ach so, eben war das hier ein anderes Flugzeug. Ja, Hauptsache, jetzt sind alle Äußer schon zerstört. Nein, nein. So ein Otto, der wirft C4 dahin, um mich zu töten und killt sich selber. Auch mal intelligent, oder? Ja. War geil. War dem, ne? Ist doch cool. Ja, total. Freu dich. Ja, freu ich mich auch. Nein, 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 ich will den töten. Ich hätt gern den Kill gehabt. Oh, und bei mir lagts grad was. Die Framerate ist fast niedrig. Ich hab Hilfe bei Sichtung. Ich hab jetzt 20... Ach nee, ich hab 70 Punkte. Oh, weil's so laggt, bin ich gestorben. Schon wieder von Tricky Boy, ey. Naja, ich hab 13 zu 5. Das ist so gut. Wait a moment, please. Ja, okay. Er ist weg. Wie gesagt, jetzt können wir ihn nochmal überlasten, wie letztes Video. Nein, der wirkt irgendwie nicht, der Spruch. Oh, hier ist ein Panzer. So, jetzt kann der Penner wenigstens nicht mehr in dieses Ding da einsteigen. Falls er noch lebt. Oh nein, da kommt nächster Panzer. Kacke. Ah, hier langer mein Panzer abwirmen, genau. Alex? Was ist, Wadim? Ich hab so... Das Video, das was wir aufnehmen, dauert ja nur noch 3 Minuten. Also, ich bin für 10 Minuten weg. Beim nächsten Video bin ich wieder da. Okay, tschüssi. Ich bin dann aber... Ja, das Video ist dann nachher zu Ende. Ja, es dauert ja nicht mehr lange, auf jeden Fall. Bis gleich. Der abonniert Alex. Hält aus! Nein! Der macht das wieder am letzten Mal, wirklich. Ich mach das jetzt immer. Weil ich weiß. Abonniert uns beide. Genau. Bis später. Ciao. Tschüss. Und ich sterbe. So, jetzt sind wir alleine. Ist ja nicht schlimm. Das Video ist jetzt auch zu Ende. Mit dem nächsten Tod gleich. Äh, so, jetzt geh ich in ein anderer Squad, weil hier ist eh niemand mehr. Und der ist jetzt auch fast tot hier. Da hab ich keine Lust zu respawnen. Äh, gehen wir zu... Ah doch, gehen wir einfach so zu B. Das ist mein Kill mit dem Panzer. Ihr Lutscher. Haha. So. Nix da reparieren, hier. Soweit kommt's noch. So, nur an die URV geh ich nicht. Damit hab ich negative Erfahrungen gemacht. Von daher. Ah, da unten ist ein Gegner. Müsste sein. Wie sind denn jetzt? Ach, da. Ja, wenigstens noch den ausgeschaltet. Tricky Boy, der hat mich schon wieder getötet. Also wirklich, das ist... Was ist an dem so gut? Nichts. Okay. So, wie spawnen wir? Naja, ich würd sagen, das Video ist jetzt zu Ende, weil ich kann eh nix mehr sagen und... Äh... Ist ja auch nicht mehr nötig. Oh, da ist aber noch jemand. So. Mit dem letzten Kill verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.